So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Und zwar wird es hoffentlich bald auf Normal Gamer MCLP ein Let's Play zu Bridge Constructor geben. Ihr wollt wissen, was Bridge Constructor ist. Das ist ein Spiel, ich kann es eigentlich mal zeigen, tut ja nicht weh. Und zwar, das ist ein Spiel, wo man einfach Brücken baut. Ja, man muss eine Brücke bauen und wenn die Brücke dann stabil genug ist, dass der LKW hier drüber fahren kann, dann hat man das Spiel gewonnen. Beziehungsweise das Level. So, ich habe das Spiel jetzt komplett durch und deshalb werde ich ein sozusagen interaktives, also ich werde versuchen ein interaktives Spiel sozusagen zu machen, wo man dann eben erst das hier, den Screen hat. Dann drückt man hier drauf, also dann habe ich hier so eine Verknüpfung, drückt man da drauf, dann kommt man hier her und dann kann man hier auswählen, welches Level man haben will und so weiter. Und dann wird das hier angezeigt und dann zeige ich euch, wie man das baut. Drückt, drückt Play, mach so, lass die einmal drüber fahren. Und ich werde versuchen, möglichst viele Sachen damit einzubinden, wie zum Beispiel das hier auch ein- und auszuschalten oder auch Autos und LKWs drüber fahren zu lassen und so weiter. Also, dass ihr sozusagen das Spiel spielen könnt, außer dass ihr es halt nicht selber bauen könnt. Ja, und das war eigentlich auch schon die Ankündigung und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und hoffentlich gefällt euch das. Wenn ja, dann schreibt rein auf mein Konter und dann ciao.